Okay Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Seiken Densetsu, wow, ich schau so cool aus, wenn ihr da um mich rumläuft, Seiken Densetsu 3 oder Secret of Mana 2 mit mir Dragonios und... Und Jess666, der hier den Drago anhimmelt, weil er viel gelevelt hat, wie man an dem Level da oben sieht. Ja, wir sind jetzt Level 47, es ist einiges passiert in der ganzen Zeit. Ich hab auch eben erst erfahren, dass er plötzlich ein bisschen gelevelt hat. Mir war langweilig, Alter, du hörst dich wahnsinnig laut an bei mir jetzt grad. Nimm mal das Mikro ein bisschen aus deinem Mund. Okay. Danke. So. Schauen wir mal, ich hab anscheinend neue Sachen gelernt, wurde mir gesagt. Ja. Erstmal drück ich den falschen Knopf. Wie lange noch bis zum nächsten Level ab? 45.000. Ich hab bis zum Level 47 sind wir grad erst geworden, dann hab ich gespeichert. Ah, okay. So, was hab ich denn? Dieses seh ich neu. Mhm. Double Spell. Double Spell. Dieser Zauber ist wahnsinnig geil. Macht Spaß, find ich. Und, ähm, ein Haufen Zauber von dir gehen, also von den stärkeren Zaubern gehen jetzt auch auf mehrere Gegner. Sie hat, da seh ich schon was Neues, das ist Turn Undead. Ist schon mal schön. Und Magic Shield. Hast du gesehen, wie viel Turn Undead an Mana kostet? Eins. Nicht schlecht. Ja. Das funktioniert, glaub ich, auch nur gegen Untote. Ja. So, Magic Shield, ja, klar. Schutz gegen Magie. Ich hab so nichts Neues, glaub ich, gelernt. Nehm, du hast ja noch gesagt, neue Waffen und Rüstungen. Genau, und, ja, Waffen und Rüstungen hab ich gesammelt mit, äh, Waffen und Rüstungssamen. So lange, bis wir voll sind. Die sehen nicht schlecht aus, oder? Ja. Du hast so ein bisschen was, äh, Besseres, also du hast halt... Gun One Tane. Gun One Tane. Blizzard One Tane. Und sie hat halt Bishops Ribbon, Bishops Robe. Judgement ist ein schöner Name. Ja, aber ihr macht auch Schaden damit, inzwischen. Zwar nicht so viel wie ich. 232, 207. So, wie sehen die Stats aus? Ich hab's gar nicht geschaut. Moment, bei dir... Och, du hast einen guten Angriff. Guilty, Vitality. Ich bin sehr intelligent, das gefällt mir. Sieht auch ganz gut. Okay. Ja, ich hab halt so weiter trainiert, wie es halt davor war. Und hier links müssen wir, glaub ich, Okay, Meister. So. Ja, es ist Nacht übrigens. 87 zieh ich mit einem normalen Angriff. Ja. Oh, ist das? Ich mach 300 mit einem normalen Angriff. Wenn er krittet. Siehst du das? 282. Hm. Einfach nochmal ausprobieren, wie stark das jetzt ist. Hab man jetzt, glaub ich, nicht gesehen. Das war anscheinend nicht effektiv bei ihm, deswegen hat's nicht so abgezogen. Oder man hat's nicht gesehen, weil er schon tot war. Es kann auch sein. Dead End. Strange. Ich dachte, das Merchpalast war dieser Weg. Was sollst du tun? Ich hab eine Idee. Warte. Ich benutze den Spiegel. Hab ich auch vorgehabt. Ah, es funktioniert sogar. Oh, der erste Gegner. Fängt schon gut an. So, ich verwandle mich erstmal. Jetzt möchte ich mal schauen, bitte. Es geht auf einen. Gib mir das mal. So ein schönes Magieschild. Ja, du hast eh nur die beste Abwehr, ne? Ganz genau. Machen wir sie noch besser. So, jetzt möchte ich mal schauen, was der Double Spell ist. Ist das immer random, was da rauskommt? Nein, immer das gleiche. 561. What? Ja. Aber kostet halt auch neun Mana, ne? Ja, ja, aber wow. Ich bin eingefroren. Ich merk's. Kann sie gerade? Ne, sie kann nicht. Dann mach ich das eben. Äh. Das ist aber nur gegen Vergiftung, ne? Gegen Statusveränderung. Oder? Frost gehört auch dazu. Ah, okay. Au, wieso immer ich? Ich bin gleich tot. Ich seh grad, ich bin sie. Wieso bin ich sie? Das würde ich jetzt auch gern wissen. Deswegen konnte ich sie also nicht anwählen, weil du sie hast. Ja. Du kannst ruhig in den Honig reinschmeißen. Wollte ich gerade sagen, ja. Denn nach dem Kampf muss ich dann eh noch was zeigen. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich geändert hab. Wieso bin ich sie? Du hast doch noch grad mit ihr gecastet. Ach, weil ich eingefroren war. Ah, okay. So, wen von denen greife ich jetzt an? Ich weiß es nicht. Einfach alle. Alle. Boah, das hört sich gut aus. Das schaut gut aus, ey. Null. Okay, nächster. Null liegt nicht. Doch, doch. Ich probier erstmal die normalen aus. Der nervt. Der nervt. Der nervt tierisch. Ja, schon so ein bisschen. Da oben liegt Chris. Ja, Licht scheint gut zu sein. Na, dann schauen wir mal. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Boah. Schick, schick. Lohnt sich aber nicht. Nicht wirklich. Mach's lieber mit dem Schwachen. So, und Honeyball, auf alle. Also einer von denen ist anscheinend ein Fake. Oder einer von denen meine ich ist wahrscheinlich der echte, oder? Ja. Aber ich denke, der untere ist es. Ich glaube, der, der Schaden bekommt. Ja, der untere. Der untere. Die, 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 die. Oh, du bist zu verstummt. Das ist natürlich voll gut. Wollen wir mal, ob das dagegen hilft? Na klar. Alter, ich komm halt zu nichts. Aber so null. Instant-Zauber? Ganz genau. Ach, sie ist wieder normal. Mhm. Ich bleib jetzt jetzt mal hier auf Sui. Pen? Ja, können wir noch auf One-Handeme. Ja, wen nehmen wir von denen allen? Ene, mene, mu, raus bist du. Ist mal da falsch, glaube ich. Schauen wir doch mal. Ja, war der falsche. Der da ist es. Der unten, der untere. Echt, der untere? Ja. Aber das war auch so eine schöne Attacke hier. Hm. Oder war es doch der obere? Das ist nicht. Wow. Irgendwas hat da verdammt viel Schaden gemacht. Der, der castet. Place Wall. Ist es Tag geworden? Nein, es ist Tag. Ich mach dir mal selbst deine Luna-Magie da. Ja. Achso, ich hab dich im Visier, Kollege. Sicher, dass es der war? Ich meine schon. Ich glaube nicht. Ja, ich hab mich gerade vor. Auf alle. So, welcher von beiden war das jetzt? Die beiden über dir. Ich hab keine Ahnung, Jan. Ich hab voll den Überblick verloren. Besonders ich treff den Scheiß ja auch nicht. Gut. Dann cast du doch einfach mal wieder mit, 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 mit Jesse. Das wär auch ne Idee. Aber ich glaub, das war der Richtige. Ich glaub, er hat grad Schaden bekommen. Okay, jetzt weiß ich, wer es jedenfalls ist. Ja. Bruder. Das sind mal zwei Holy Wars. Ich kann hier einfach so nichts machen. Weil ich treff ihn erstens kaum. Und wenn ich ihn treffen würde, dann haut er mich wieder weg. Ich bin fast tot. 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 Ja, lass mich zählen, Carsten. Dann heil ich dich. Fast. I am tot. I am tot. I am tot. Ja, bist du. Ja. Dann lehren wir dich mal eben schnell wieder. Ach, du bist das hier neben mir. Dann wechsel mal. Hast du? Nee, warte. Weißt du was? Was zur Hölle? Laser Light Show oder was? Ich glaub, er mag mich nicht. Oh, es hat dir nichts abgezogen, oder? Das finde ich gut. Was, was? Ich spiel jetzt dich. Okay. Ich geh. Drago. Drago. Okay. Ich hatte wenigstens die Magierresistenz. Mhm. So, und gleich nochmal. Und ich schau mal, währenddessen der untere hat den Schaden bekommen. Ja, glaub ich auch. Natürlich gehen sie wieder auf mich. Oder auf dich. Egal, wen du spielst. Sieh mal, wird der angegriffen wahrscheinlich. So, schauen wir mal. So. Da, der nach hinten geflogen ist. Aber ich brauch langsam bald Leben, ne? Ja, ich möchte auch wieder ins Menü gehen, aber ich darf nicht. Jetzt weißt du, weil ich mich fühle. Soll ich dir den Überblick verloren, der angegriffen wurde. Der mittlere. So, auf alle. Ja, der geht's gerade in der Höhe. Der ganz oben ist. Der über dir sieht irgendwie komisch aus. So ein bisschen damit abgehackt. Echt? Von mir geht's. So. Der da. So, direkt zweimal. Höh, da geht's. Ne, doch. Ne, er hat's. Das ist dreimal. De, 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 de. Er nervt schon so ein bisschen. Das ist ja etwas, weil er immer die ganze Zeit rumspringt. Ja, und ich glaub, er hat den Falschen. Ne, ich glaub, das war der Richtige. Oder auch nicht. Ne, war der Falsche. Hm. So. Toll. Jetzt sind die beiden genau nebeneinander. Ja, genau übereinander am besten. Hehehe. Er hat irgendwie keinen Bock zu kämpfen. Er läuft nur weg. Ich glaub, greif mal du einmal an. Ja. Auf wen? Auf mich. Oh, ich bin eingefroren. Ich heil erst mal. Instant. Ja, klar. Ich hab getroffen. Der untere war's. Der da. Der ganz unten? Ja. Moment. Okay. Okay. Bleib auf jeden dann noch. Ne Lichtwaffe haben wir nicht, ne? Wir haben eh nur eine einzige Waffe insgesamt. Hä? Evil Gate. Nein, nein. Ich mein, äh, zur Waffenverzauberung. Ach so. So meintest du das. Ne, wir haben nur die anderen. Die normalen Elementarsachen. Wenigstens greift er mal nur ein auf einmal an. Aber weil ich das jetzt gesagt habe, kommt sicher jetzt was anderes böse oder so. Meinst du, die wechseln ab und an mal? Weiß ich nicht. Der ist es nicht. Aber weißt du, wie nah ein. Oh doch, doch, der ist es. Der hat gezaubert, deswegen muss es gewesen sein. Ja, du hast recht. Jetzt habe ich ihn verloren. Ah, okay. Der ist es. Der, der von meiner Magie geproppen wird, ist es. Müsste der gleiche sein. Nicht wechseln. Wenn du immer wechselst, dann weißt du nie, wer da... Normalerweise müsstest du am letzten Ziel dort bleiben. Da auch wieder war. Mal sehen, habe ich jetzt ein Löchling erwischt? So, erstmal wieder heilen. Ja, ich glaube, du hast ihn erwischt. Wie befriedigt er, wie der unten liegt. Okay, der unter dir war das. Du kannst... Ich brauche mal... Ich muss mal ganz kurz die Stummenheit weg. Nee, das war es nicht. Das war es gar nicht. Doch, 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 mit dem anderen. Wirklich? Ja. So, und jetzt ist... Äh, nein. Du es. Wunder. Ich glaube, das war der Falsche. Ja. Oh, warum benutzt er... Den Scheiß? Wieso benutzt er nicht sein komisches Heulen? Achso, aber dafür hat es mir nichts abgezogen. Das ist cool. Das ist auch schlecht. Ja, gut, du hast quasi eigentlich nichts angegriffen, ne? Ich würde sie dann zaubern, der Idiot dahinten. Und wen wirst du jetzt? Mich natürlich. Bist du stumm? Ja, das ist schon die ganze Zeit. Irgendwas hat gerade Bumm gemacht. Oh. Das war aber ein schneller Abgang. Till next time. Das war echt kein next time. Ja, mich auch nicht. Victory! Okay, gehen wir weiter. Ich bin sogar wieder vom richtigen Charakter. Wie Chris einfach die ganze Zeit rumspringt. Hm, sonst nichts zu tun. Oh, Marriage Pass. Was haben wir hier wieder für Gegner? Dragon Zombies. Moment, da kann ich es mal ausprobieren. Ach, genau, was ich noch zeigen wollte. Turn und Dead. Auf alle Gegner sogar, cool. What the fuck? Was zur Hölle? What the fuck? Das ist bitter. Das hat gerade 99 Schaden gemacht. Mit einem Mana. Jo. Gut, dafür geht es halt eben nur auf Untote, ne? Das ist in Ordnung. Gut, solange wir weiter... Und das geht auch auf alle dann schön. Also solange wir hier nur Untote gegner haben, finde ich es sehr schön. Jo. Okay. Oli Ball.